Hallo und herzlich willkommen zu Alchemist, der heute über Remineralisierung, Schumgit, Entgiftung, Entsäuschung eures Trinkwassers, unseres Trinkwassers, Dank Schumgit. Schumgit besitzt katalysatorische Fähigkeiten, antibakterielle, entzündungshemmende, antivirale Fähigkeiten und Eigenschaften, antihistaminische Eigenschaften. Wir können unser Trinkwasser durch die besondere Nanostruktur der Fullerene, der sogenannten Fullerene, eine Kohlstoffmodifikation, die fußballähnlich aussieht, die freiradikale Bakterien und Viren an ihrer Oberfläche anziehen und diese eben im Wasser, in Kontakt mit Wasser, die freiradikale Bakterien, Viren, Pestizide, Düngereste, Medikamentenreste und vieles weiter an schädlicher Chemie an ihrer Oberfläche anziehen und diese zur Rekombination untereinander anregen. Das heißt, zu neutralen Verbindungen eben anregen und diese massenweise an einem einzigen Fullerene-Molekül ansammeln und dadurch eben neutralisieren. Dadurch erhalten wir einerseits, wenn wir Schumgitwasser zum Trinken verwenden, haben wir, wenn wir das ansetzen, innerhalb von 20 bis 30 Minuten eine Senkung von 100-facher bis 1000-facher Senkung von bakterieller Versäuchung, Verunreinigung, Viren, Pestiziden, schädlicher Chemie. Heutzutage ein großes Thema auch und dadurch einmal gereinigtes Trinkwasser innerhalb von Minuten bis Stunden. Wenn man dieses Wasser länger ansetzt, das heißt, drei Tage, innerhalb von drei Tagen, haben wir ein Wasser mit heilsamen Eigenschaften, wo die katalysatorischen Effekte eben des Schumgits und der Fullerene im Wasser drinnen haben, gleichzeitig remineralisiert dieser besondere Stein durch seine Mikromengenelemente. Das Wasser, dem die Lebendigkeit fehlt, der Schumgit, gibt dem Wasser die Urinformation zurück, das heißt, die Lebendigkeit zurück, das heißt, er entsäust im gleichen Moment, er entgiftet das Wasser und gibt ihm zellgängigere, antibakteriäre, antivirale, enzymusemmende, nachhaltige Eigenschaften, die sich positiv auf jeden Menschen, jedes Leberwesen, jedes Tier, jede Pflanze auswirken. Die Eigenschaften von Fullerenen, wenn sich die Fullerene, die Kohlenstoffmodifikation eben im Wasser lösen, über längere Zeit, wenn wir im Wasser im Kontakt sind, dann haben wir diese Fullerene in unserem Körper und die können über Monate eben, wochenlang bis über Monate bleiben, die, so wurde in einem Studium bestätigt, in unserem Körper und reinigen aktiv eben mit. Normalerweise haben wir die Antioxidantien, die eben erst eine Bindung eingehen müssen, und die sich während dem Prozess der Neutralisierung von einem freien Radikal, einem Auslöser für Entzündungen, Mikroentzündungen im Gewebe, die oft Ursache der Pathologie einer Krankheit sind, können eben, werden während einem dieses Prozesses verbraucht, verbrannt sozusagen, unter anderem zum Beispiel Carotinia oder Vitamin C, ist das bekannteste Antioxidant, Antioxidant und die Fullerene sind sozusagen die Verbesserung von Antioxidant bzw. das Antioxidant der Kohlenstoffe. Ja, Kohlenstoff ist das zweithäufigste Element, das zum Leben notwendig ist, eben Wasser, Wasser ist unser Hauptbestandteil, Proteine, Kohlenhydrate, also Kohlenstoff, Kohlenstoffverbindungen sind eben ein weiterer Bausten des Lebens und eben diese besondere Essenze, die das schon gilt, beinhaltet, und eben die Fullerene, die bewirken durch eine besondere Nanostriktur, wie gesagt, die zusätzliche Reinigung mit Gift in unserem Körper, können dadurch viele Krankheiten im Vorhinein vorbeugen, können sie eben begünstigen bei der Therapie, bei der Ausheilung und ja, nicht nur gereinigtes Trinkwasser ist er vor allem mit Schungit und dem Kontakt von Schungit mit Wasser. Was macht man damit, wie macht man das? Einerseits haben wir den Edel-Schungit, die seltenste Form von Schungit auf Erden, meistens kommt er aus Russland, am besten mit Zertifikat kaufen, und dann wissen wir eben, dass er wirklich von dort kommt, von der Mine, beziehungsweise in Spanien gibt es auch Schungit, hat man bestätigt, Schungit immer prüfen auf die Echtzeit, das heißt elektrische Leitfähigkeit, kann man schließen in Kontakt mit einer Taschenlampe, zum Beispiel, hier ist eine kleine LED-Taschenlampe, ich schraube den Deckel hier auf und nehme ein Stück Schungit, das groß genug ist, aber klein genug ist, und führe es auf den hinteren Kontakt der Batterie und ihr seht eben es. Dann nehme ich einen kleineren Schungit-Stein und das Licht blinkt auf, also Stromleitfähigkeit ist das Erste, was ihr überprüfen müsst, wenn ihr Schungit-Steine benutzen wollt, und auf die Echtzeit eben überprüfen müsst. Erstens das, zweitens eben Edel-Schungit wird vorrangig für Trinkwasser, Entsäuschung, Aufbereitung, Remineralisierung verwendet, warum? Weil es die reinste Essenz von Schungit ist und ein vielfaches mehr an Full-Arenen eben beinhaltet, diese besondere Kohlenstoff-Modifikation, die eben für die katalysatorische Wirkung vielerlei Eigenschaften des Schungits zuständig sind und unseren Körper eben zusätzlich reinigen, unser Wasser wesentlich besser bereinigen, Entsäuschen von freinadikalen Bakterien, Viren, schädlicher Chemie, schädlichen Pestiziden, die mittlerweile in unserem Trinkwasser ebenfalls drinnen sind, kommt eben auch auf die Gegend an, wo man das Trinkwasser her hat oder bezieht. Wenn ihr dauerhaft den Stein in Kontakt haben wollt mit eurem Trinkwasser, wie ich zum Beispiel hier in der Wasserkaraffe, da verwende ich dann meistens immer Edel-Schungit, 10 bis 20 Gramm Edel-Schungit, in der Regel auf einen Liter Wasser. Wenn ihr schwarzen Schungit verwende, für eine Klasse 2 Kategorie 2 schwarze Schungit, dann verwende ich den eher für äußere Anwendungen, da eignet sich der schwarze Schungit besser, man nimmt in der Regel 100 Gramm Schungitsteine, 100 bis 200 Gramm schwarzen Schungit auf einen Liter Wasser, um Wasser mit zellgängigen, heilsamen Eigenschaften zu erstellen. Wenn ihr das erstellen wollt für euch, nimmst du ein großes Einmachglas oder eben eine Karaffe oder ein Glasbehälter, ein Keramikbehälter, ein Glasbehälter oder aus Holz, ist das Beste, was man verwenden kann. Und setzt eben euer Trinkwasser mit dem, oder Quellwasser mit dem Schungit an. Bei Edel-Schungit müsst ihr nur darauf achten, den Edel-Schungit, den Andrazitformen, Klasse 1, immer zu reinigen, urflächlich zu bereinigen von Eisen- und Pyridrückständen, das heißt, rötlich-orangefarbige Rückstände von Eisen, Eisenoxiden, Pyridrückständen, die ihr eben mit Drahtschwemmen am besten abmachen könnt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr den Edel-Schungit für immer euer Trinkwasser, eben verwenden für eure Wasserflaschen, oder Wassergeraufen, für die Trinkwasseraufbereitung permanent eben, für immer, hält das Wasser für immer frisch. Es können keine Algen entstehen, wenn ihr schon geht, in Wasser eben belässt. Das Wasser hält für immer frisch, das heißt, ihr könnt das Wasser wirklich, praktisch, jahrelang stehen lassen, und es wird noch immer trinkbar sein, nicht nur für immer trinkbar sein, sondern durch den Kontakt mit Schungit. Je kleiner die Schungit, Steine sinken, am besten, wenn es sich Splitt oder auch Schungitpulver wird dafür verwendet, eben um die Bakterien-Viren-Konzentration zu eliminieren, beziehungsweise nachhaltig zu, natürlich zu neutralisieren. Da am besten Edel-Schungit verwendet, wenn ihr dieses Wasser trinken wollt, und permanent in Kontakt damit eben mit dem Wasser eben ist. Also Edel-Schungit für Trinkwasser und Heilwasser am besten, weil es eben mehr Full Arena, natürliche Full Arena eben enthält, ist dann wenig teurer als der schwarze Schungit. Schwarze Schungit kann man sich kiloweise kaufen, kann sich jeder auch durchschnittlich Gehalt leisten. Edel-Schungit kostet dann wenig mehr, doch kann man für immer eben im Trinkwasser nach oberflächlicher Bereinigung und checken, wenn man stromleitfähig ist, wie das echte Schungit, weil es schon geht, das einzige Mineral auf der Welt ist, das den Strom leiten kann, außer eben Mineralien und Kristalle, die auch Eisen enthalten. Das ist klar, das leitet den Strom. Schwarze Schungit, also Edel-Schungit meistens für Trinkwasser, Heilwasser. Wenn ich das länger als drei Tage stehen lasse, habe ich ein Wasser mit sogar nicht nur gereinigt, sondern mit heilsamen Effekten für Körper, Geist und Seele. Das heißt, Schungit, für Trinkwasser empfehle ich immer, Edel-Schungit, Klasse 1, Androzit, metallisches Glänzen. Den schwarzen Schungit verwende ich meistens, und wird auch meistens verwendet für Filtermaterial, wenn das Wasser temporär in Kontakt ist, oder nach einigen Minuten oder ein paar Stunden. Dann, bei schwarzen Schungit enthält, ein wenig mehr Pyrid, Adern, beziehungsweise Rückstände von anderen Stoffen, die, ja, auf Dauer nicht so gut sind für das Trinkwasser, jedoch einen höheren Eisengehalt haben, das wiederum in geringen Dosen förderlich ist, gesundheitsförderlich für Heilwasser, die man oberflächlich anwendet, das heißt, die setzt man in der Regel länger als drei Tage an, das heißt, zehn Tage bis zwei Wochen setzt man die an. Je länger ich den Schungit mit dem Kontakt habe, desto Zellgänger wird das Wasser, desto schöner wird die Haut, desto schöner kann man eben nachhaltig zusätzlich Wunden, Heilgeschehen, Allergien werden damit behandeln und allergische Erkrankungen, die meistens sich auf der Haut häußern. Hautrötungen, vielerlei Hautkrankheiten kann man mit Schungit Wasser und wurden auch bei Allergiekrankheiten bis hin rein ins psychische, psychologische werden Schungit schon auch verwendet für Heilbäder, die eben nicht nur den Körper erneuern können, doch über die Haut das größte Organ eben wirksam sind. Für Heilbäder verwende ich meistens ein bis zwei Kilo schwarzen Schungit, den ich vorher in das Bad eben gebe und dann das Bad sehr heißen lasse und dann, sagen wir mal, eine halbe Stunde bis eine Stunde eben einwirken lasse. Somit habe ich auch garantiert die heilsamen Eigenschaften von Schungit. Man spürt das direkt auf der Haut. Ein richtig angenehmes Gefühl von Schungit Wasser und Wasser, das mit Schungit eben aufbereitet, remineralisiert ist und seine Eigenschaften eben nach und nach natürlich aufnimmt. Es ist lebendiger, das Wasser. Das Wasser fühlt sich eben besser an auf der Haut. Nach regelmäßigen Anwendungen mit Heilbädern, mit Schungit oder eben für länger angesetzt als 10 bis 14 Tage oder um diesen Zeitraum herum kann man eben das Wasser, immer wieder das Gesichtswasser, aber wenn man kann es eben für Hautkrankheiten zur Unterstützung dessen verwenden, zur Abheilung und Ausheilung, zur Kurierung. Schungit eben wird für Badewannen eingesetzt, auch für Depressionen, depressive Menschen, Traumata, regelmäßiges Schungit-Behinder heißt zu empfehlen, nervale Krankheiten, nervliche Krankheiten, bis hin zu Rheumatismus, Gelenkserkrankungen, körperliche Beschwerden, Muskelspannungen, allergische Krankheiten habe ich schon gesagt, das heißt, alles mögliche, ganzheitlich beeinflusst, das schon geht positiv, vor allem und insbesondere im Kontakt, über längeren Kontakt mit Wasser, mit unserem Wasser, zu einer heilsamen Essenz. das heißt, Heilwasser ab drei Tagen, wenn ich es bis einige Minuten, 20 Minuten, bis drei Tage ansetze, habe ich gereinigtes Trinkwasser, innerhalb von drei bis zehn oder 14 Tagen oder länger, habe ich dann Heilwasser. Heilwasser, das eben, kann ich mir so ansetzen, nach einer Zeit abfüllen und immer wieder verwenden. Für Filtermaterial eignen sich sowohl Edelschongrit als auch Schwarzeschongrit, für Filtermaterial würde ich den Schwarzenchongrit nehmen oder Edelschongrit oder eine Mischung daraus. Edelschongrit ist der Vorteil immer, er ist zwar teurer, jedoch muss ich ihn niemals ersetzen. Edelschongrit kann für immer in einem Wasserfiltern oder Wasserfiltersystemen bleiben. Er kann durch seine nanotechnologischen Eigenschaften beziehungsweise antibakteriellen Eigenschaften eben positiv dafür sorgen, dass Filter auch nach längerem Gebrauch eben einsatzfähig, nach längeren Pausen unterbrechen. Das heißt, wenn ich längere Zeit auf Urlaub bin, zum Beispiel, eben der Filter reinbleibt von Algen, von Mikroben, von Versäuchungen. Bei Edelschongrit brauchen Sie keine Sorgen machen, ist für immer, sowohl im Filter als auch in der Karaffe, also in Trinkwasserflaschen, wo auch immer. Schwarzeschongrit müsst ihr nur darauf achten, dass man den bei längerem Gebrauch im Wasser insbesondere einmal jährlich auswechselt. Bei Filtergebrauch, bei häufigen Gebrauch auswechseln, weil er absorbieren kann, das schwarze Schongrit, er absorptionsfähig ist. Das heißt, man gebraucht nach einem Jahr im Filter, Wasserfiltersystem, für Gießwasser, das heißt, Pflanzen kann man es trotzdem profitieren, ebenfalls von den Eigenschaften von Schongrit. als Dünger, als Düngewasser, als Gießwasser, als, ja, haben auch Untermengen als Granulatpulver oder die Rohsteine in die Erde und die Pflanzen wachsen dadurch besser, haben höhere, erhöhte Widerstandskräfte und werden weniger krank, sind widerständiger. Manchmal, oder beziehungsweise habe ich das ausprobiert, bei Tomatenpflanzen, die wachsen nicht nur widerständiger und besser, die werden aromatischer. Das habe ich bei Schongrit so ausprobiert als Gießwasser und, ja, also die profitieren genauso wie wir, die Pflanzen profitieren von Schongrit, die Tiere, für Tiere kann man ebenso Schongrit, Wasser ansetzen, ist ebenso positiv. Also, wenn ihr Trinkwasser herstellt, Schongrit, vorher checken, ihr Schongrit, Oberflächlich bereinigen von Orange, Rot, Rötlich, Farbenen, Pyridrückständen und Eisenrückständen, die möglich sein können. Wenn ihr Schongrit bestellt, immer auf Stromleitfähigkeit checken, ob der Rüchte, den Stromleit, sowohl schwarzer Schongrit, weil es auch Edelschongrit. Wenn ihr das dann wisst und diese gereinigt habt, könnt ihr sie getrost für Trinkwasseranwendungen, für Heilwassererstellung, für Gesichtswasser, für Heilbäder, für therapeutisch wirksame, prophylaktische Heilbäder ansetzen und verwenden, für Gießwasser, für Pflanzen, zur Remineralisierung, beziehungsweise für eure Tiere, ebenso zu unterstützen, unserer gesundheitlichen, nachhaltigen Unterstützung. Die Bienenhockdung Fuller Arena eben könnt ihr auch mehr lesen, zum Beispiel in meinem neuen Buch über Schongrit, Taschenbuch oder E-Book, verfügbar auf Amazon, Englisch und Deutsch. Schongrit, kosmischer Katalysator, Transformation, Seele für Körper, Geist, Seele und Bewusstsein, auf Amazon verfügbar, beziehungsweise die englische Version, Schongrit, Cosmic Catalyst, Transformation Aid, and Protection for Body, Mind, Soul and Consciousness. Da habe ich meine Erfahrung eben aus der Therapie, das heißt, ausgebildetes medizinische Masseur, jahrelang eben mit Schongrit behandelt, vorrangige Akupressur, Massagen, medizinische Techniken eben damit optimiert, sensibilisiert, verbessert und damit auch die Heilung optimal begünstigt und eben den ganzheitlichen Ausglös, darüber habt ihr mehr in diesem Büchlein, circa 100 Seiten auf Englisch oder Deutsch, habe ich den Link gleich darunter. Ja, meine Erfahrung aus der Therapie, meine Erfahrung mit Heilwasser, Trinkwasser aus Schongrit, nutze ich mittlerweile seit mehr als 8 Jahren und ja, erhöht die Widerschrungsfähigkeit, also reinigt unser Wasser, durch die antibakteriellen, entzündungsehenden, antiviralen Eigenschaften, katalysatorische Eigenschaften, darum auch kosmischer Katalysator und ja, gebe inhaltende Fularenz, ich habe ja auch mehr im Vergleich zu, wie sie sich auswirken, bei welchen Krankheiten sie in Studien verwendet wurden, vor allem in Russen, beziehungsweise auch in anderen Ländern und weltweit eben, ist es schon, geht mittlerweile schon länger bekannt und ist kein esoterischer Quatsch, sondern wirklich extrem interessant, das interessanteste Mineral dieser Welt, wenn es um Lebensqualität, auch gleichgesetzt mit unserer Trinkwasser, Wasserqualität eben einhergeht, ob wir das jetzt trinken oder ob wir darin baden oder ob wir eben das oberflächliche, Anwendungen für Allergien, Krankheiten, Haut, Bild benutzen, für Falken und Zeolite, es kann eben wirklich die Alterserscheinungen reduzieren, ausgleichen und wir verjüngen uns mit diesem Stein, mit diesem Mineral, können uns verjüngen, können uns das begünstigen, hängt natürlich immer von unserer Lebensstil, Lebensqualität ab, kann jedoch jedermanns und von jedem Menschen die Lebensqualität nachhaltig erhöhen, darüber habe ich eben praktisch geschrieben, in einer praktischen Erfahrung, als Therapeut, als Massagetherapeut, beziehungsweise auch aus meiner Selbstständigkeit heraus, Arbeit mit Shungit, kann das praktisch bestätigen und jedem, jedem den ich Wassersteine, Werbegeschwindel gegeben habe, hat sich nie darüber beschwert, dass es dem schlechter geht, mit Shungit Wasser, kann man wirklich seine gesamte Lebensqualität erhöhen, seine Entgiftung bedeutend verbessern, es wurden aus Studien, zu vielerlei Krankheitsbildern eingesetzt, über die will ich jetzt nicht reden, beziehungsweise allerlei Krankheitsbilder, die eben positiv durch, regelmäßiges Baden mit Shungit Wasser, regelmäßiges Trinken von Shungit Wasser, oder Anwendung von Heilessenzen angesetzt mit Shungit, verbessert optimiert wurden, beziehungsweise deren Lebensqualität, Heilgeschehen können schneller, besser ablaufen mit Shungit, und ja, darum geht es auch in meinem Büchlein, könnt ihr euch auf Amazon checken, das heißt, auf Englisch und auf Deutsch, und ja, nicht umsonst, kosmischer Katalysator, durch die beinhalteten Full Arena, die meistens im Kosmos gefunden wurden, als erstes eben dort nachgewiesen wurden, und durch die besonderen Inhalte, das heißt, ein Full Arena, dort wurden die, anhand der beinhalteten Helium-Isotope, anhand Helium-3, Helium-4, findet man eben Helium-4 sehr häufig auf der Erde, Helium-3 hingegen sehr, sehr selten, und das eben meistens in Meteoritgestein, meistens im Weltraum eben, bei Kohlstoffsternen, und ja, Full Arena sind wirklich eine der besondersten Strukturen, die die Welt zu bieten hat, was heißt die Welt, vielleicht auch das Universum, anhand ihrer Struktur einfach faszinierend sind, weil sie eben wie Fußball ausschauen, und, ja, sich besonders zusammensetzen, auch über Zusammensetzung, Full Arena, beziehungsweise vergleichs davon, Heilwasser, Anwendungen, wie wir es jetzt besprochen haben, im praktischen Sinne, habt ihr in diesem Buch eben, Anwendung von Massagetechniken, Alternative Techniken, Meditationstechniken, vor allem auch Entgiftung, und Erhöhung der Lebensqualität, Bereinigung von Wasser, Verbesserung der Wasserqualität, Remineralisierung, ja, Schungit ist wirklich ein Helferstein, Schungit ist ein, das Besonderste, und das Wunderbarste Mineral, das eben diese Welt zu bieten hat, anhand seiner Eigenschaften, könnte ich ihn auch getrost, den König der Heilsteine, oder König der Steine, nennen, weil Schungit eben, so viele positive Eigenschaften, die ihn besitzt, ohne negative eigentlich zu besitzen, bei Schungit, Anwendung von Schungit, muss man wenig beachten, eben nur, ob er echt ist, stromleitfähig oder nicht, oberflächlich bereinigende Anwendung, mit Trinkwasser, und dann kann ich den Edelsturmgit, für immer verwenden, schwarzes Schungit, regelmäßig austauschen, bei Verwendung für Trinkwasser, und Filtermineral, für Leute, die ihr eigenes Grundstück haben, mit Brunnen, noch so zum Schluss dazu, kann man ebenfalls, 50 bis 200 Kilo, in etwa, um den Dreh, versenken, im Trinkwasserbrunnen, wenn ihr eigene Brunnen eben habt, dann empfehle ich euch, Schungit, Rohsteine, schwarzen Schungit, oder auch Edel Schungit, im Brunnen versenken, und eben, die Wasserqualität wird, deutlich besser werden. Schungit, also, Schungit, der vielseitigste, das vielseitigste, und eines der wunderbarsten, Mineralien, die diese Welt zu bieten hat, und, ja, probiert es selbst aus, probieren geht über das Studieren, und, man muss es eben immer, selbst testen, ob das so stimmt, das Wasser fühlt sich auf der Haut besser, mit Schungit, das Trinkwasser, ähm, ist geschmeidiger, besser, es ist geruchsneutral, es schmeckt auch besser, und, ja, also, probieren geht über das Studieren, könnt ihr mit eurer Lebensqualität, wirklich, nachhaltig, um ein vielfaches, Verbessern mit Schungit, und, die, Möglichkeiten, Schungit einzusetzen, sind wirklich sehr, sehr, vielseitig, und das, ist auch das Schöne am Leben, und auch das Schöne an, diesem, besonderen, Mineral, und, Gestein, so weit dazu, wir sind alle Wasserwesen, und Schungit, verbessert das Wasser, Schungit, Einstein, mit sehr, sehr vielen, Lösungen für uns, für unsere Umwelt, für eine bessere Zukunft, für die Pflanzen, für die Tiere, für die Menschen, so weit dazu, zu Schungit, und, ähm, Remineralisierung, Schungit, und Wasser, Entseuchung, Heilwasser, Trinkkuren, und Verbesserung der Wasserqualität, ist weiter gleich, Lebensqualität, danke für eure Aufmerksamkeit, und bis zum nächsten Mal, euer Matthias, Euro, Float, zuel, es geht, Both wheelie in Management, betreveren, weil es zu jeder, das soll, da niin,